Die zweite edle Wahrheit Der unedle Pfad Sobald wir unserem Leiden seinen wahren Namen gegeben haben, müssen wir tief schauen, um zu sehen, woher es kommt. Akzeptieren wir die erste Wahrheit des Leidens, müssen wir auch akzeptieren, dass es Ursachen für dieses Leid gibt, denn für alles gibt es Ursachen und Wurzeln. Schauen wir tief in diese Wurzeln hinein und untersuchen sie, haben wir bereits mit der Transformation unseres Leidens begonnen. Wie ist es entstanden? Wir sollten die Antwort nicht in der Vorstellung suchen, Buddha oder Gott hätten das Leid aus irgendwelchen mysteriösen Gründen geschaffen. Wir brauchen einen klaren Verstand und ein ruhiges Gemüt, um tief zu schauen und die Ursachen zu erkennen. Wir können die zweite edle Wahrheit als einen Pfad verstehen, doch führt dieser Pfad nicht zu Glück und Wohlbefinden, sondern zum Leid. Viele von uns folgen diesem Pfad, der uns zu Wut, Vorurteilen, Gewalt, Ignoranz und Verzweiflung leitet. Der unedle Pfad ist geprägt von falscher Anschauung, falschem Denken, falscher Rede, falschem Handeln, falschem Lebenserwerb, falschem Bemühen, falscher Achtsamkeit und falscher Konzentration. Wenn wir verstehen, wie und warum wir diesem Pfad bisher gefolgt sind, können wir auch die andere Seite sehen. Der edle achtfache Pfad, der Pfad des Glücks und Wohlbefindens, wird sich uns dann von selbst zeigen. Warum sind wir mitten in einer Wirtschaftskrise? Warum gibt es Klimawandel, so viel Umweltverschmutzung? Warum gibt es Terrorismus? Wenn wir uns diese Fragen stellen, sollten wir uns genügend Zeit und Raum nehmen, um Antworten zu finden. Unabhängig von unseren religiösen Hintergründen, sollten wir uns zusammensetzen, die verschiedenen Formen des Leidens in der Welt identifizieren und deren Ursachen herauszufinden suchen. Einige buddhistische Lehrende sprechen davon, dass das Begehren die Hauptursache allen Unwohlseins sei. Doch das ist nicht wahr. Begehren ist lediglich ein winziger Teil des falschen Pfades. Tatsächlich wird unser Leid durch falsche Anschauungen verursacht, die ihrerseits zu falschem Denken führen. Das Leiden in der Welt, wie auch unser eigenes, ist durch falsche Anschauung und falsches Denken geschaffen. Wenn wir erkennen, dass wir unser Leiden selbst schaffen, sehen wir auch, wie wir es verwandeln können. Wollen wir etwa den Prozess der Erderwärmung umkehren, müssen wir zum einen verstehen, wodurch all das Kohlenmonoxid entsteht, das zur Erwärmung der Erdoberfläche beiträgt. Kohlekraftwerke sind in den Vereinigten Staaten von Amerika die Hauptverursacher der Umweltverschmutzung durch Kohlendioxid. Sie produzieren jährlich 2,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Zum anderen müssen wir aber auch sehen, inwieweit unser täglicher Konsum zum Klimawandel beiträgt. Wir benutzen Autos, verbrauchen Strom und Benzin und zerstören die Wälder, um Viehwirtschaft zu betreiben. All das trägt zum Klimawandel bei. Fahren wir oft mit dem Auto, lassen wir das Licht in der Wohnung an, unsere Elektrogeräte im Stand-by-Modus, essen wir zu viel Fleisch, dann vermehrt das die Ursachen unseres Leidens. Schauen wir tief in die zweite edle Wahrheit und erkennen wir, auf welche Weise wir unser eigenes Leid schaffen, sehen wir, wie wir es verwandeln können. Wenn wir uns mehr um uns kümmern und infolge weniger gestresst sind, dann verursachen wir weniger persönliches Leid, weniger Ärger und Konflikte mit den Menschen, die uns nahestehen, und wir werden vermutlich gesünder sein. Essen wir kein Fleisch, werden die Bauern kein Vieh mehr halten, was sie für uns töten. Fahren wir nicht mit dem Auto, produzieren wir weit weniger Kohlenmonoxid. Setzen wir uns dafür ein, dass auch große Firmen damit aufhören, die Umwelt zu vergiften, tun wir aktiv etwas dafür, dass es weniger Leid und mehr Frieden in der Welt gibt. Der Buddha sprach von den vier Arten der Nahrung, die uns entweder Unwohlsein oder Wohlbefinden bringen. Wir können Glück und Leid besser verstehen, wenn wir sie uns als Resultate einer Art Ernährung vorstellen, der Nährstoffe, die wir uns tagtäglich zuführen. Der Buddha sagte, wenn ihr die Natur von allem, was entstanden ist, tief betrachtet, besonders euer grundlegendes Unwohlsein, euer Bedrücktsein, und die Art der Nahrung ausmachen könnt, die dazu beigetragen hat, dann seid ihr bereits auf dem Pfad der Transformation und Heilung. Gemeint ist das, was wir tatsächlich in unseren Mund stecken, kauen, runterschlucken oder trinken. Achten wir darauf, nur Gesundes zu essen, wird es uns gut gehen. Ist das nicht der Fall, werden wir, ob kurz oder lang, erkranken. Bevor wir also eine Mahlzeit zu uns nehmen, sollten wir das, was vor uns auf dem Tisch steht, betrachten. Ein- und ausatmen und schauen, ob diese Art Nahrungsmittel gut oder schlecht für uns ist. Wir sollten die Dinge weglassen, von denen wir glauben, dass sie nicht gesund für uns sind. Achtsamer Konsum in Bezug auf Nahrungsmittel wirkt sich natürlich auch auf unser Einkaufsverhalten aus. Kaufen wir im Lebensmittelgeschäft oder auf dem Wochenmarkt achtsam ein, beinhaltet das ein Wissen darum, was wir einkaufen und was wir nicht einkaufen sollten. Achtsamer Konsum wirkt sich des Weiteren auf unser Kochen aus. Auch das Kochen gibt uns die Möglichkeit, achtsam zu sein. Sitzen wir dann zum Essen gemeinsam am Tisch, bietet uns auch das eine Chance zu mehr Bewusstheit. Die Art und Weise, wie wir essen, vermag schon zur Linderung des Leids anderer Lebewesen beitragen. Schon dadurch tun wir etwas zum Erhalt unseres Planeten. Wir wissen, wie wir durch unser Essverhalten Mitgefühl entwickeln können. Ohne Mitgefühl, das ist uns bewusst, ist auch unser Glück nicht möglich. Denn Mitgefühl verbindet uns mit anderen Lebewesen. Das Beispiel des Buddha, das Fleisch des Sohnes. Um die erste Art der Nahrung, Essbares, zu illustrieren, erzählte der Buddha die Geschichte einer jungen Familie, die eine Wüste durchqueren musste. Auf halbem Weg ging ihr die Vorräte aus. Die Eltern dachten lange nach, diskutierten hin und her und beschlossen dann, um zu überleben, den Jungen zu töten und ihn nach und nach zu essen. Nachdem der Buddha die Geschichte erzählt hatte, fragte er seine Mönche, Meine lieben Freunde, glaubt ihr, dass die Eltern das Fleisch des eigenen Sohnes gern gegessen haben? Die Mönche sagten, Nein, lieber Lehrer, das ist unmöglich. Niemand würde das Fleisch des eigenen Sohnes mit Genuss essen können. Der Buddha sagte, wenn wir etwas essen, sollten wir das auf eine Art und Weise tun, die uns unser Mitgefühl bewahren lässt. Sonst wäre es so, als essen wir das Fleisch unserer eigenen Söhne. Essen ohne Achtsamkeit ist, so könnte man sagen, wie das Fleisch unserer eigenen Söhne oder Töchter zu essen. Tagtäglich sterben der Weltgesundheitsorganisation zufolge über 40.000 Kinder, weil es ihnen an Nahrung fehlt. Währenddessen werden in vielen westlichen Ländern enorme Mengen an Lebensmitteln weggeworfen oder anderweitig verschwendet. Getreide wird genutzt für die Produktion von Alkohol oder als Viehfutter. Wir wollen Hühnchen, Schweine oder Rindfleisch essen, doch für ein Pfund Fleisch müssen wir die 10- oder 20-fache Menge an Getreide aufwenden. Dabei gibt es so viele Menschen auf dieser Erde, die nicht genügend Getreide oder Reis zu essen haben. Wenn wir also unser Stück Fleisch eingehend betrachten, erkennen wir, dass es aus einer großen Menge Getreide besteht, die dafür hätte genutzt werden können, Menschen vor dem Hungertod oder vor Mangelernährung zu retten. Achtsamkeit lässt uns Dinge erkennen, die wir üblicherweise nicht sehen. Aus diesem Grund sollten wir vor dem Essen das, was wir zu uns nehmen wollen, betrachten, um einzuschätzen, ob es unserem Mitgefühl schaden oder es fördern wird. Die folgende Kontemplation kann dafür sehr nützlich sein. Lasst uns auf eine Weise essen, die unser Mitgefühl lebendig erhält, das Leiden der Lebewesen mindert, unseren Planeten bewahrt und den Prozess des globalen Klimawandels umkehrt. Die zweite Art der Nahrung – Sinneseindrücke Mit der zweiten Nahrungsart sind die Sinneseindrücke gemeint. Wir konsumieren sie nicht mit unserem Mund, sondern mit unseren Augen, Ohren, unserer Nase, unserem Körper und unserem Geist. Fern zu sehen, Bücher zu lesen, ins Kino zu gehen, im Internet zu surfen und sich anderweitig unterhalten zu lassen, kann entweder gesund oder vergiftend sein. Das hängt vor allem von den Inhalten ab. Manchmal geht es uns aus verschiedensten Gründen nicht gut und wir versuchen dem durch noch mehr Konsum zu entkommen, was aber nur weiteres Leid zur Folge hat. Wir sind aufgebracht und schauen eine Fernsehsendung an, die uns unter Umständen aber noch mehr aufwühlt. Sinneskonsum schließt auch das ein, was wir von anderen hören. Wenn wir uns Gerüchte, Beurteilungen und Beschuldigungen anhören, dann konsumieren wir diese Dinge. Für das, was wir so in uns aufnehmen, zu Ärger, Wut oder Gier, dann vermehrt das den Ärger, die Gewalt und das Leiden in der Welt. Wir sollten also eine Strategie achtsamen Konsumierens entwickeln, damit das, was wir lesen, anschauen und hören, uns und anderen nicht mehr Leid bereitet. Um zu illustrieren, wie ein falscher Konsum von Sinneseindrücken zu Leid führt, verwendete der Buddha das überaus drastische Bild einer Kuh, die aufgrund einer Krankheit fast alles Fell verloren hatte, sodass sie viele Arten von Parasiten befallen konnten. Wenn sich die Kuh hinlegte, kamen diese winzigen Lebewesen aus dem Erdboden, setzten sich auf ihr fest und saugten von ihrem Blut. Stand die Kuh nah bei einem Baum oder einem alten Mauerwerk, kamen sie aus der Baumrinde oder dem Holz oder der Mauer und saugten von ihrem Blut. Aufgrund ihres kranken Fells war die Kuh dem vollkommen wehrlos ausgesetzt, sie verfügte über keine Schutzmöglichkeiten. Heutzutage sind wir in unserer modernen Lebenswelt 24 Stunden am Tag Werbung, Gewalt, verlockenden Bildern und verführerischen Fernsehprogrammen ausgesetzt. Sie zielen darauf ab, unsere Gier und unser Verlangen anzustacheln. Ohne Achtsamkeit sind wir ohne beschützende Haut. Und das, was wir sehen und hören, durchdringt und verletzt uns, und wir werden leiden. Wenn wir durch die Stadt fahren, konsumieren wir, ob wir das nun wollen oder nicht. Die Werbung dringt in unser Bewusstsein und das unserer Kinder ein, die noch viel weniger als wir in der Lage sind, diese Quellen vergiftenden Konsums zu ignorieren und zu meiden. Ich erinnere mich an einen kleinen Jungen, der nach Plum Village kam, dem Retreat-Zentrum, in dem ich lebe, und sofort wieder weg wollte, weil es dort keinen Fernseher gab. Er war überzeugt davon, ohne Fernseher nicht überleben zu können. Nachdem er sich die Tagesordnung angesehen hatte, sie bestand unter anderem aus Sitzmeditation, achtsamen Frühstücken, Gehmeditation, meinte er, das ist ja hier wie im Militärlager. Eine Nonne sagte daraufhin zu ihm, »Okay, ich bring dich zum Bahnhof, damit du nach Hause fahren kannst. Doch das dauert noch ein paar Stunden, denn der nächste Zug geht erst heute Abend um sieben.« Kurze Zeit später lud ihn eine Gruppe Jugendlicher ein, mit ihnen zu spielen. Und als dann der Zeitpunkt gekommen war, zum Bahnhof zu fahren, sagte der Junge, »Ich bleibe wohl noch einen Tag.« Schließlich blieb er zwei Wochen. Am Tag der Heimreise fragte er seine Mutter, »Warum müssen wir schon fort?« Der Junge hatte herausgefunden, dass er auch ohne Fernseher überleben konnte und es eine Menge anderer Dinge gab, die ihn sehr viel besser näherten. Wir haben vielleicht das Gefühl, wir könnten ohne gewisse Sinneseindrücke nicht überleben. Doch wenn wir es mal versuchen, gibt uns das sowohl den Raum als auch die Möglichkeit und das unterstützende Umfeld, Gesundes zu uns zu nehmen, und unser Leiden wird sich verringern. Die dritte Art der Nahrung Wollen Gemeint ist damit ein ganz tiefes Bestreben, ein starker Wunsch. Jeder von uns trägt eine tiefe Sehnsucht in sich, und diese nährt uns. Wären wir ohne jede Sehnsucht, wäre unser Leben sinnlos. Wir hätten keine Energie. Jeder Mensch hat eine wahre, tiefe, innere Sehnsucht. Diese Sehnsucht kann gesund oder vergiftend sein. Sie kann zu Wohlergehen oder Leid führen. Als Siddhartha seinen Palast verließ, um Mönch zu werden, hatte er den Wunsch, zu praktizieren und Erleuchtung zu erlangen, um den Menschen dabei helfen zu können, weniger zu leiden. Das war eine heilsame Sehnsucht, eine gute Nahrung, denn sie gab ihm die nötige Energie, Schwierigkeiten zu überwinden und sein Bestreben erfolgreich zu verwirklichen. Doch es gibt auch andere Sehnsüchte, und die sind giftig. Dazu gehören der Drang, zu töten oder zu bestrafen. Mitgefühl ist eine positive Energie. Sind Sie sozial engagiert, wollen Sie vielleicht Kindern in den sogenannten Entwicklungsländern, die aufgrund von Fehlernährung sterben müssen, helfen. Als freiwillige Helfer akzeptieren Sie dabei, ein einfaches Leben zu führen. Weil sie von der Kraft einer heilsamen Sehnsucht getragen werden, sind sie dazu in der Lage. Jeder von uns sollte die eigene tiefe Sehnsucht zu erkennen suchen, sollte darauf Acht geben, ob sie gesund ist oder nicht, ob sie uns Glück bringt oder nicht, denn sie ist der Nährstoff unseres Lebens. Das Beispiel des Buddha. Zwei starke Männer zerren an uns. Diese dritte Art der Nahrung illustrierte der Buddha durch das Bild von zwei starken Männern, die einen dritten in eine Grube voller glühender Kohlen stoßen wollen. Der junge Mann, an dem sie ziehen und zerren, will nicht sterben und versucht, sich dagegen zu stemmen. Die beiden kräftigen Männer repräsentieren in diesem Bild das vergiftete Wollen in uns, das manchmal sehr stark sein mag, aber nur unser Leiden vermehrt. Beispiele sind das Verlangen nach Sex, Ruhm, Reichtum, Vergeltung und der Wunsch, andere Leiden zu sehen. Die vierte Art der Nahrung Bewusstsein Wie Menschen in unserem Umfeld denken, hat einen Einfluss auf uns und wir nehmen die Ansichten anderer in vielfältiger Weise in uns auf. Individuelles Bewusstsein besteht aus kollektivem Bewusstsein und kollektives Bewusstsein besteht aus individuellem Bewusstsein. Unser Bewusstsein entwirft die Welt. Leben wir in einer Umgebung, in der die Menschen voller Wut und Gewalt und brutal sind, werden wir früher oder später ähnlich wütend und brutal wie sie. Das passiert, selbst wenn wir das gar nicht wollen, denn wir und besonders unsere Kinder werden fortwährend von dem kollektiven Bewusstsein unserer Umgebung beeinflusst und durchdrungen. Ursprüngliche Angst, eine Quelle unseres Leidens. Warum nehmen wir fortwährend giftige Nahrung zu uns, wo sie uns doch nicht gut tut und wir darunter zu leiden haben? Zum Teil liegt das daran, dass wir noch aus unserer Zeit als kleine Kinder eine Menge ursprünglicher Angst in uns tragen. Um uns von diesem ursprünglichen Leiden abzulenken, konsumieren wir, wodurch wir uns aber nur noch mehr Leid schaffen. Wir waren als Neugeborene sehr verletzlich. Wir wussten, dass wir nicht allein würden überleben können. Das machte uns große Angst. Und diese nennen wir ursprüngliche Angst. Einige von uns sind depressiv und es geht ihnen schlecht, selbst wenn in der gegenwärtigen Situation alles in Ordnung zu sein scheint. Wir haben die Neigung, immer wieder in die Vergangenheit zurückzukehren. Wir fühlen uns in der Vergangenheit mehr zu Hause, selbst wenn wir dort viel Kummer erfahren haben. Wir kehren wieder und wieder in die Vergangenheit zurück, denn unser ursprüngliches Leiden, unsere ursprüngliche Angst sind nie verschwunden. Stellen Sie sich vor, Sie sind einer jener Flüchtlinge, die mit Booten ein Land zu erreichen suchen, in dem Sie in Sicherheit leben können. Sie haben das Meer durchquert, sind schließlich in einem anderen Land angekommen und dort akzeptiert worden. Sie sind nun in Sicherheit, haben einen Job, und doch sind immer noch die Bilder des Meeres in Ihnen, das Sie als Flüchtling befahren haben. Sie hätten damals jederzeit ertrinken oder von Haien gefressen werden können. Es ist sehr riskant auf dem Meer und tausende Flüchtlinge kommen nie an. Sie ertrinken. Sie selbst haben überlebt, doch in Ihnen sind immer noch diese Erinnerungen wach und Sie sehen diese Bilder vor Ihrem geistigen Auge. Jedes Mal, wenn Sie an das Meer denken, leiden Sie. Doch es handelt sich nur um eine Vorstellung, ein Bild. Sie können im Meer ertrinken und sterben, aber nicht in einem Bild. Die zehn Fesseln, die uns binden Unser Leiden entspringt hauptsächlich unserem Geist und unserer Anschauung der Welt. In der buddhistischen Tradition sprechen wir von den zehn Fesseln, Samyoyana, die uns anketten und uns unserer Freiheit berauben. Das Sanskrit-Wort Samyoyana kann auch als Knoten übersetzt werden. Und diese Fesseln sind wie feste Knoten in uns. Sie treiben uns an, Dinge zu tun und zu sagen, die wir nicht tun oder sagen wollen. Sie sind sehr machtvoll. Unsere Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht müssen ebenfalls sehr machtvoll sein, um diese Knoten zu lösen. Begierde ist deswegen so gefährlich, weil sie uns glauben macht, das Objekt unseres Begehrens sei, was wir wirklich wollten und was uns wirklich glücklich machen könnte. Wir sehen nicht die Gefahren, die darin liegen, Objekten unserer Begierde nachzujagen. Wenn in uns Begierde aufkommt, sind wir nicht länger zufrieden. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben und wer wir sind. Die Lehre des Buddha handelt davon, wie wir glücklich im gegenwärtigen Moment leben können. Doch wenn in uns die Flamme der Begierde lodert, sind wir dazu nicht mehr imstande. Wir glauben, dass wir ohne das Objekt unserer Begierde nicht wirklich glücklich sein könnten. Und so verlieren wir all unseren Frieden, sowie die Fähigkeit, glücklich im Hier und Jetzt zu sein. Wie können wir diese Fessel lösen? Der Buddha gab uns viele Beispiele zur Illustration von Begierde. Eines davon ist, dass eine Person voller Begierde wie jemand sei, der eine brennende Fackel trägt und dem der Wind entgegenbläst, sodass das Feuer seine Hand verbrennt. Ein zweites Bild ist das eines Hundes, der auf einem blanken Knochen herumkaut. So sehr er auch kauen mag, es wird ihn niemals zufriedenstellen, denn auf dem Knochen ist kein Fleischrest mehr. Kein bisschen Flüssigkeit. Genauso ist es letztlich mit dem Objekt der Begierde. Es kann uns nie zufriedenstellen. In einem dritten Bild des Buddha geht es um einen Angelhaken und einen Köder. Der Haken mit dem Köder wird in den Fluss geworfen. Wenn der Fisch den Köder sieht, erscheint ihm dieser so anziehend, dass er unbedingt hineinbeißen will. Was der Fisch nicht weiß ist, dass sich innerhalb des Köders ein Haken verbirgt. Und so ist es mit dem Objekt unserer Begierde. Die Gefahr ist nicht sichtbar. Manchmal besteht der Köder sogar nur aus Plastik und der Fisch kann ihn noch nicht einmal verspeisen. Aber er sieht verlockend aus und der Fisch beißt hinein und schon hängt er an der Angel. Wir müssen also genau hinschauen, um die wahre Natur des Objekts unserer Begierde zu erkennen. Tun wir das, verliert sie schnell jedes Verlockende. Wichtig ist also, die verborgenen Gefahren des Begierdeobjekts auszumachen. Die zweite Fessel Wut Die Flamme der Wut ist ähnlich zerstörerisch wie die Flamme der Begierde. Wenn Wut uns beherrscht, sind wir nicht zufrieden, sind nicht in der Lage, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wir müssen uns um Konzentration bemühen und tief schauen, um zu sehen, dass unsere Wut aus Unwissenheit oder falscher Anschauung entsteht. Verstehen wir die erste und die zweite edle Wahrheit, das Leiden und seine Ursachen, werden wir imstande sein, unsere Wut zu überwinden und die Knoten der Wut zu lösen. Wenn wir spüren, dass Wut in uns aufsteigt, können wir innehalten und achtsam atmen, sodass wir die Knoten unserer Wut lösen können. Die dritte Fessel Unwissenheit Unwissenheit bedeutet falsche Anschauung. Wir sind verwirrt und wir wissen nicht, wohin wir uns wenden und was wir tun sollen. Aus Unwissenheit heraus tun oder sagen wir falsche Dinge. Wir wissen nicht, was richtig und falsch ist und statt mit unserer Unwissenheit zu sitzen und auf diese Weise Einsicht zu erlangen, handeln wir aus dieser Unwissenheit heraus. Das ist die dritte Fessel, die wir lösen müssen. Die vierte Fessel Komplexe Die vierte Fessel ist in unseren Komplexen zu sehen, deren Wegen wir unsere Zeit und Energie damit verbringen, uns mit anderen zu vergleichen. Es gibt drei Komplexe, den Überlegenheits-, den Minderwertigkeits- und den Gleichwertigkeitskomplex. Sie alle binden uns. Selbst der Gleichwertigkeitskomplex tut dies, denn wir konzentrieren uns dabei auf die Vorstellung eines Selbst versus des Selbst von anderen. Und wir wetteifern und vergleichen uns mit anderen. Es gibt diese Komplexe, weil wir die Idee haben, ein getrenntes Selbst zu sein. Wir vergleichen dann dieses Selbst mit anderen. So entstehen diese drei Komplexe, die einzig nur Leid bringen. Die fünfte Fessel Zweifel und Argwohn Lassen wir uns von ihnen beherrschen, sind wir nicht in Frieden. Wir sind nicht frei. Unser Argwohn und Zweifel mögen aus unserer Unwissenheit, aus unseren Komplexen oder aus unserer Begierde erwachsen. Vielleicht wissen wir sogar, was richtig ist, aber wir handeln nicht entsprechend, weil wir uns von Zweifel und Argwohn zurückhalten lassen. Die sechste Fessel Ich bin dieser Körper Die erste Sichtweise Die sechste bis zehnte Fessel bezieht sich auf die falschen Wahrnehmungen und Anschauungen, die zu unserem Leid führen. Die sechste Fessel besteht in der Auffassung, dass ich dieser Körper bin, dass dieser Körper ein eigenständiges, abgetrenntes Selbst ist. Wir glauben, dass wir dieser Körper sind. Und das beinhaltet, dass wir meinen, nach der Auflösung des Körpers wären auch wir nicht länger hier. Wir gehen davon aus, dass wir vor dem Entstehen des Körpers nicht da waren. Folgen wir dieser Sicht, dann fügen wir unserem Leben sehr viel unnötiges Leid zu. Die siebte Fessel Gegensatzpaare Die zweite Sichtweise Die zweite Sichtweise ist der Glaube, dass Gegensatzpaare nicht in Beziehung zueinander stehen. Wir meinen, dass rechts etwas ganz anderes sei als links, dass es Geburt gebe und Tod, innen und außen, sein und nicht sein, Gleichheit und anders sein. All diese Konzepte bilden Gegensatzpaare. Sich in ihnen zu verfangen bedeutet, einer falschen Ansicht zu folgen. Mit Hilfe der Lehre des Buddha können wir die Gegensatzpaare transzendieren, um zu einer Sichtweise frei von dualistischem Denken zu gelangen. Der mittlere Weg, den der Buddha lehrt, ist ein Weg der Nicht-Dualität. Er transzendiert alle Gegensatzpaare, einschließlich sein und nicht sein, Geburt und Tod, innen und außen, Objekt und Subjekt. Die achte Fessel An Vorstellungen anhaften Die dritte Sichtweise Wenn Sie etwas erfahren oder lernen, machen Sie sich eine Vorstellung davon. Das ist ganz natürlich. Doch wenn Sie sich dann in dieser Vorstellung verfangen, dann berücksichtigen Sie oftmals neue Informationen oder Ideen, die Ihre Sicht verändern könnten, nicht mehr. So werden Sie aber auf dem spirituellen Pfad nicht voranschreiten. Was immer Sie erfahren oder gelernt haben, was immer Sie gehört haben, Sie sollten vorsichtig sein, das für absolute Wahrheiten zu halten. Sie sollten es auch loslassen können, um zu einer höheren Wahrheit zu gelangen. Wenn Sie in der Wissenschaft eine Entdeckung, die Sie gemacht haben, für eine letzte Wahrheit halten, forschen Sie nicht mehr weiter. Dann sind Sie aber auch kein wirklich wissenschaftlich arbeitender Mensch mehr. Um auf unserem Pfad voranzuschreiten, müssen wir bereit sein, unsere Ansichten aufzugeben, unser Verstehen zu erweitern. Haben wir auf einer Leiter die vierte Sprosse erreicht und meinen nun, wir wären schon ganz oben, dann werden wir nicht höher klettern. Wir müssen die vierte Sprosse hinter uns lassen, um die fünfte zu erreichen. Und haben wir die fünfte erreicht, müssen wir bereit sein, auch diese aufzugeben, um die sechste zu erreichen. Erkenntnis kann der Weisheit im Weg stehen. Erkennen und verstehen Sie etwas, sollten Sie immer bereit sein, dies in der Zukunft auch wieder hinter sich zu lassen, um eine höhere Form der Weisheit zu erreichen. Das ist die Lehre über das Nicht-Anhaften an Vorstellungen. Die neunte Fessel Verdrehte Vorstellungen Die vierte Sichtweise Stellen Sie sich vor, dass Sie glauben, alles passiere zufällig und es gebe keine Ursache und Wirkungszusammenhänge. Das ist eine Art verdrehte Vorstellung. Das Gesetz von Ursache und Wirkung bedeutet, dass Sie Bohnen ernten werden, wenn Sie einen Bohnensamen säen. Wenn Sie einen Wutsamen säen, werden Sie Wut ernten. Verfangen Sie sich in den Fesseln verdrehter Vorstellungen, verstehen Sie nicht, warum die Dinge geschehen. Sie erscheinen Ihnen als unfair oder unberechenbar, weil Sie nicht an das Gesetz von Ursache und Wirkung glauben und meinen, alles geschehe rein zufällig. Sind Sie aber imstande, etwas eingehend zu betrachten, werden Sie erkennen, dass es sich manifestiert, weil viele Voraussetzungen zusammengekommen sind. Zu glauben, es gebe nur eine einzige Ursache, ist ebenfalls eine verdrehte Vorstellung. Wir alle erfahren Verletzungen, Krankheit und Schmerz und können das nicht kontrollieren. Doch vieles von dem Leid, das wir über den Schmerz hinaus erleben, ist Resultat einer verdrehten Vorstellung. Die vier edlen Wahrheiten lehren uns, dass unser zusätzliches Leiden oft einer Lebensweise entspringt, die sich aus falschen Wahrnehmungen, falschem Denken, falschem Sprechen und falschem Handeln speist. Die zehnte Fessel Anhaftung an Riten und Rituale Die fünfte Sichtweise Wenn Sie glauben, die Durchführung bestimmter Riten oder Rituale ließe Sie Befreiung und Erlösung erfahren, so haben Sie sich in Riten und Rituale verfangen. Möglicherweise meinen Sie, dass Sie alle Fleischsorten essen könnten, nur Rindfleisch nicht und dass das Essen von Rindfleisch ihre Erlösung verhindere. In einem solchen Tabu oder Gebot können Sie sich verfangen. Nur durch Verstehen werden Sie sich daraus befreien können. Sie werden Befreiung nicht dadurch erleben, dass Sie Rituale und Zeremonien durchführen und Tabus beachten. Es gibt nicht die eine Tat oder das eine Ritual, das Ihnen Befreiung bringt. Befreiung erfordert fortwährende Praxis, eine kontinuierliche Verpflichtung zu Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht. Um diese Fessel zu illustrieren, benutze ich manchmal das Bild eines Menschen, der sich vor dem Buddha auf dem Altar verbeugt. Die richtige Praxis des Verbeugens ist eine Form der Meditation, eine Weise des tiefen Schauens. Darum sollte Ihnen vor dem Verbeugen bewusst sein, dass der Buddha in Ihnen ist und dass Sie im Buddha sind. Sie beide, der Buddha und Sie, haben die Natur der Leerheit. Dieses tiefe Schauen hat die Macht, uns zu befreien. Glauben wir dagegen, dass die Verbeugung vor dem Buddha ein Akt der Hingabe wäre, durch die wir gerettet werden könnten, haben wir uns in Ritualen verfangen. Das gilt auch für die Abendmahl oder Eucharistiefeier. Der Priester bricht das Brot und gibt es Ihnen und er gibt Ihnen Wein zu trinken. Wenn Sie das Brot essen und den Wein trinken und dabei in Kontakt mit dem gesamten Kosmos sind, dann haben Sie sich nicht in diesem Ritual verfangen. Sie sehen dann in dem Stück Brot den Sonnenschein, die Wolken, die Erde und alle Dinge des gesamten Kosmos. Der Priester, der die Eucharistie vollzieht, möchte, dass sie in lebendigem Kontakt mit Jesus Christus als einer inneren Wirklichkeit sind. Machen wir automatisch mit, haben wir uns in dem Ritual verfangen und wir erlangen gar nichts außer dem Ritual. Wirkliche Kommunion ist möglich, wenn wir als Teilnehmende an dem Ritual wirklich lebendig sind. Und das ist es, was wir doch wirklich wollen. Wir wollen nicht nur an einer leeren Form teilhaben. Das gilt für alle Traditionen. Geh-Meditation oder Sitz-Meditation kann auch nur als leeres Ritual praktiziert werden, ebenso wie das Chanten oder Rezitieren. Wir können uns so leicht in Ritualen verfangen und diese Fesseln müssen wir wirklich aufbrechen. Wenn wir von ganzem Herzen praktizieren und nicht nur routinemäßig, dann wird uns die Praxis von Achtsamkeit und Einsicht befreien. Riten und Rituale werden zu einem Fahrzeug und einer Gelegenheit zur Praxis. Die Ursachen unseres grundlegenden Unwohlseins zu verstehen führt zu Glück. Die zweite edle Wahrheit erinnert uns daran, dass wir, haben wir einmal das Leiden bei seinem richtigen Namen genannt, tief schauen müssen, um seine Ursachen auszumachen. Wir müssen uns nicht an einen Gott wenden und auf Antwort hoffend fragen, warum die Menschen leiden. Wir können die Ursachen des Leidens selbst erkennen, wenn wir unseren klaren Verstand und unsere tiefe Einsicht benutzen. Erst dann können wir uns der dritten edlen Wahrheit zuwenden, dem Wohlbefinden und der Transformation des Leidens. jest ein nicht